Letztes Mal beim ersten Community Hookup. Nachdem wir die Regeln klargestellt hatten, ging auch schon die erste Runde gegen die Jungs los. Gizmo, Asrael, Steven und Ischra mussten gegen meinen Deathslinger im ersten Best of Three antreten. Match 1 ging dabei an mich und auch die zweite Runde auf Larrys konnte ich für mich entscheiden. Jetzt kommen wir zum nächsten Best of Three, in welchem die vier gegen meinen Blythe antreten werden. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Knabbidi-Babbidi Oh no, was habe ich gemacht? Ich dachte, ich bounce am Fuß hier. Kacke hier. Ohohoho, der Block. Der Double Block. Ja, wir nehmen die Pellet, I guess. Oh, ich habe gerade. Die Pellet kommt mir entgegen. Nice, 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 nice. Gute Map. Gute Map. Nicht mal am Maprand kann man bouncen. Ohohoho. Wie war denn das denn geplant? Nach Lust und Laune? Nach Lust und Laune. Ich habe da nichts Spezielles geplant. Ey, diese Map ist so ein Dogshit. Okay. Benutzen wir mal noch eins unserer Parks. Oh. Oh Oh Einen Token habe ich mehr als sonst Ich war raus Oh 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 Der war nicht schlecht Oh Ah G-G's Ups, Customer Support, nein G-G's F**k G-G's G-G's FUNKER! 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 Oh no, wir haben uns so schön da reingelaufen. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Heute nicht, Asriel. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Schade. Das ist ein Hit. Nice. Auf wie viel DPI? Das ist ein Hit. 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 Das ist ein Hit.